Wir haben leider ein technisches Problem. Wir sind live und bitten, das zu entschuldigen. Liebe Zuschauer, das passiert mal. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Es wird brisant, prominent bei uns. Und vor allem sehr bunt kann man sagen. Rihanna sorgt mit ihrem Superbowl-Auftritt für eine Premiere, die es so noch nie gab. Ich sage nur so viel, es war eine Show der Superlative. Inklusive Überraschung. Das und mehr jetzt in brisant, prominent. Doch zunächst zu einem Mann. Wenn er zu singen beginnt, lassen viele einfach alles stehen und liegen und hängen wirklich an seinen Lippen. Michael Bublé ist nicht nur ein grandioser Sänger, sondern auch ein Riesen-Entertainer. Der andere mitsieht, der so herrlich leicht und unbeschwert wirkt. Er kann übrigens viel mehr als nur Weihnachtslieder. Der 47-Jährige kann einen v.a. mit seiner Stimme um den Finger wickeln. Das hat er auch in München versucht. Bei unserer Promi-Experte nämlich, Susanne Klehn. Und ob das gelungen ist, wollten wir natürlich wissen.